Phosphate sind die Salze und Ester der Orthophosphorsäure. Im weiteren Sinn werden auch die Kondensate der Orthophosphorsäure und ihre Esterphosphate genannt. Die Ester werden unter Phosphorsäure-Ester beschrieben. Phosphor liegt bei allen diesen Verbindungen in der Oxidationsstufe vor. Sauerstoffverbindungen des Phosphors mit anderen Oxidationsstufen sind unter Phosphor aufgelistet. Varianten Die Salze der drei basigen Orthophosphorsäure lassen sich in primäre, sekundäre und tertiäre Phosphate einteilen. Bei einwertigen Kationen M gelten die Summenformeln entsprechend MH2PO4, M2H1PO4 und M3PO4. Durch die teilweise Neutralisation der Phosphorsäure erhält man Hydrogen- oder Dihydrogenphosphate. Diese können sowohl mit Säuren als auch mit Basen reagieren. Wegen dieser Eigenschaft enthalten viele Pufferlösungen Hydrogenphosphate. Phosphorsäure kann in einer Kondensationsreaktion Diphosphorsäure bilden. Analog gibt es entsprechende Salze, die Diphosphate M4P2O7. Bei einer fortgesetzten Reaktion bilden sich auch Poly- oder Zyklophosphate. Zyklophosphate werden oft Metaphosphate genannt. Polyphosphate und Metaphosphate sind also Polymere der Salze der Phosphorsäure. Pentanatrium-Triphosphat und Metaphosphate wurden zur Wasserenthärtung in Waschmitteln verwendet. Als Lebensmittelzusatzstoffe finden Z. B. Pentanatrium-Triphosphat und I. Phosphate Anwendung. Gewinnung. Phosphate werden aus Mineralen wie zum Beispiel Apathit, ca. 5-3, gewonnen. Die Hauptvorkommen liegen im nördlichen Afrika, Jordanien, Vereinigte Staaten, Russland, Südafrika und China. Früher fanden sich die Phosphatvorkommen mit der höchsten Konzentration auf der Pazifikinsel Nauru. Die ursprünglichen Vorkommen sind seit 2003 erschöpft. 2004 wurden neue Vorkommen auf Nauru erschlossen. Saudi-Arabien ist seit 2006 einer der größten Produzenten weltweit. Die Ressourcen von Phosphaten sind begrenzt und die meisten sind belastet mit Cadmium- und oder radioaktiven Schwermetallen. Manche Phosphatlagerstätten dienten bislang als Quelle für Uran. Man geht davon aus, dass die zur Düngerproduktion nutzbaren Phosphatlagerstätten früher erschöpft sein werden als die weltweiten Erdölvorkommen. Der Cadmiumgehalt der Phosphatlagerstätten ist sehr unterschiedlich. Viele Industrieländer haben bereits einen Grenzwert für Cadmium in Düngemitteln eingeführt. So ist weltweit nur noch eine Lagerstätte bekannt, die den Grenzwert der EU unterschreitet. In Entwicklungsländern dagegen wird Düngung mit billigeren Cadmium-verunreinigten Phosphatdüngern durchgeführt. Die früher in den Industrieländern praktizierte Nutzung von Thomas-Mehl ist aufgrund der hohen Chrombelastung aus Gesundheitsgründen ausgeschlossen. Eine weitere Möglichkeit ist, die im Klärschlamm vorhandenen gefällten oder biologisch angereicherten Phosphate zu nutzen oder zurückzugewinnen. In Deutschland und anderen Ländern wird schadstoffbelasteter Klärschlamm grundsätzlich verbrannt, da er neben den interessanten Phosphaten auch zahlreiche Schwermetalle und endokrine Disruptoren enthält. Die Phosphatgewinnung kann somit aus den Verbrennungsrückständen erfolgen. Eigenschaften In wässriger Lösung existieren Phosphatanionen in drei Formen. Unter starkbasischen Bedingungen liegt das Phosphatanion hauptsächlich als vor, während unter schwachbasischen Bedingungen das Hydrogenphosphatanion dominiert. Unter schwachsauren Bedingungen liegt hauptsächlich das Dihydrogenphosphatanion vor. In stark saurer wässriger Lösung ist Phosphorsäure die Hauptform. Es liegen also drei pH-abhängige Gleichgewichtsreaktionen vor. Unter stark alkalischen Bedingungen, wie Z. B bei pH ist gleich 13 liegt im wesentlichen PO43- und HPO42- vor. Erste die Lösung neutral liegen H2PO4- und HPO42- vor. Bei pH ist gleich 7,4 dreht sich das Verhältnis der beiden Komponenten etwa um. 39% H2PO4- und 61% HPO42-. Unter stark sauren Bedingungen ist H3PO4 dominierend im Vergleich zu H2PO4-. HPO42- und PO43- sind praktisch abwesend. Mit Ausnahme der Alkali- und Ammoniumverbindungen sind die meisten Phosphate schlecht wasserlöslich. Phosphate können Verbindungen mit Schwermetallen eingehen. Diese Eigenschaft macht die Verwendung von Phosphaten problematisch, da die Phosphate aus dem Klärschlamm Schwermetalle mobilisieren können. Zum überwiegenden Teil enthalten Lagerstätten von Phosphatverbindungen auch Schwermetalle, wie Z. B, Cadmium und Uran. Bedeutung für die Ernährung In der menschlichen Ernährung spielt Phosphat eine wesentliche Rolle im Energiestoffwechsel und im Knochenaufbau. Es verbindet sich mit Calcium zum festen Calcium-Apatit. Der Phosphatspiegel ist wichtig im Zusammenhang mit dem Calcium-Stoffwechsel. Die Bedeutung von Phosphat für das Auftreten von Hyperaktivität bei Kindern gilt als widerlegt. Verwendung Die Hauptmenge der Phosphate kommt als Dünger zum Einsatz. Die Eignung von Phosphaten für die Düngung wurde durch Zufall entdeckt. Bei der Eisen- und Stahlerzeugung nach dem Thomas-Verfahren fiel als Nebenprodukt das phosphatreiche Thomas-Mehl an, das sich als hervorragender Dünger erwies. Durch Erosion von landwirtschaftlichen Flächen gelangen Phosphate an Tonminerale gebunden in Flüsse und Seen und von dort weiter in die Meere. In limnischen als auch marinen Ökosystemen tragen sie erheblich zur Eutrophierung bei. Phosphate sind unter anderem ein Auslöser von Blaualgenblüten in der Ostsee. Zur Enthärtung von Wasser kann Pentanatrium-Triphosphat verwendet werden. Auf den Einsatz von Phosphaten in Waschmitteln wird in Teilen Europas inzwischen verzichtet, da sie zu einer Überdüngung und schließlich zum Umkippen von Gewässern geführt haben. Als Ersatz wird hierzu Zeolid A eingesetzt. In Maschinengeschirrspülmitteln werden allerdings immer noch Tripolyphosphate als Enthärter verwendet. Die EU plant, die Verwendung ab Anfang 2017 stark zu begrenzen. Ein Test der Stiftung Warentest im Jahr 2015 hat gezeigt, dass einige phosphatfreie Spülmaschinentabs bereits eine vergleichbar gute Reinigungswirkung erzielen wie phosphathaltige Mittel. Natriumphosphat, Kaliumphosphat, Calciumphosphat und die Salze der Orthophosphorsäure, Diphosphat, Triphosphat und Polyphosphat sind als Lebensmittelzusatzstoffe zugelassen und werden als Konservierungsmittel, Zäuerungsmittel, als Säurerregulator und Emulgator eingesetzt. Phosphat wird für nichtalkoholische, aromatisierte Getränke, sterilisierte und ultrahocher Hitzenmilch, eingedickte Milch, Milch und Magermilchpulver und als technischer Hilfsstoff verwendet. Phosphate spielen auch bei der Lebensmittelherstellung eine sehr große Rolle und sind Komponenten des Schmelzsalzes für Schmelzkäse. Futtermittel, Korrosionsschutzmittel, Flammschutzmittel, Puffersubstanz für neutralen pH-Bereich, Akkumulatoren. 32 p, ein radioaktives Isotop des Phosphors, wird in Form von Dihydrogenphosphat vielseitig in der Forschung und in der nuklearmedizinischen Therapie, speziell bei Polykythermia-Vera, eingesetzt. Nachweis Nachweisreaktionen von Phosphaten werden unter Phosphor beschrieben.